Butter. Leckere Butter. Oh, jetzt esse ich die ganze Butter alleine. So. Gretel, iss mal eins von den Früchten hier. Von diesen gelben hier. Ich weiß nicht so recht, was das sein soll. Das ist lecker. Ich weiß nicht, was das sein soll. Eine Aprikose, aber da macht man keine Butter drauf. Macht man nicht. Die macht man aufs Boot hier. Ach so, die macht man gar nicht. Also gut, dann mach ich wieder zurück. Hast du gut geschlafen? Ja. Der Malte hat angerufen. Der ist gut angekommen in der Schweiz. Wie heißt der? Malte. Dein Mann. Ist ja nicht mein Mann. Naja, mein Vater. Wer heißt der? Malte. Malte. Ja und, warum denn nicht? Ja. Du fandest es auch. Mhm. Aber du bist meine Mutter und er ist mein Vater. Und ihr wohnt hier ... Weiß nicht, seit ... War ich denn das schon mal? In dem Haus hier habt ihr fast 30 Jahre zusammen gewohnt jetzt. Das kann ich mir nicht wollen. Nee, über 20 Jahre. Oh, das hab ich nie gehört. Und mit ihm verheiratet bist du auch schon seit über ... über 40 Jahre. Was? Dein Mann? Nee, dein Mann. Malte. Mein Vater. Oh. Du bist meine Mutter. Ich dachte, du wärst der Vater. Nee. Nee? Ich bin David. Du bist die Mutter. Nee, ich bin der Sohn. Wie? Ich bin der Sohn. Aber jetzt komm ich überhaupt nicht mehr hin.